Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei uns. Heute schauen wir uns schon mal in der Vorbereitung für Rise of Tomb Raider, den Vorgänger an, Tomb Raider Origins. Und ich habe mir direkt die Game of the Year Edition geholt und habe jetzt jede Menge andere Outfits. Aber ich stelle das erstmal direkt ins Spiel rein. Ähm, ja. Machen wir nochmal. Was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Ah! Ah! In unseren dunkelsten Stunden Wenn das Leben an uns vorüber zieht Finden wir etwas Etwas, das uns antreibt Was wir uns weitermachen müssen. Ah! 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 Sehr geil gemacht, auf jeden Fall das Intro. Okay, also wir sind jetzt anscheinend irgendwo an der Küste von Japan. Ähm, okay. Was? Ähm, nun gut. Das sieht schon sehr geil aus. Ich habe ja noch die alten Teile damals gespielt. Ähm, okay. Oh, ähm. Da sieht sie ganz schön mitgenommen aus. Schwingen. Bewegen Sie die linken, rechten synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. Okay. So. Können wir... Ah. Na komm. Okay, war das jetzt gut? Jetzt brennt irgendwie der der Balken. Moment, können wir... Ja, das dürfte ganz gut. Oh Gott. Oh. Nein. Au. Nein. Oje, meine Nähe. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das? Nein. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Ähm. Moment, das ist nur eine Geräuschfalle, oder? Halten Sie X gedrückt, um die Fackel zu benutzen. Okay. Das verbrennt aber verdammt schnell. Moment. Er muss mich gehört haben. Was hat uns hier... Oh, verdammt. Drücken Sie LB, um die Umgebung zu erkunden. Ähm, LB ist da. Ah. Okay. Da sehen wir also, was wir benutzen können. Oh. Was scheint da? Drücken Sie A? Ah, okay. Springen. Ja, das war sehr laut sogar. Oh, oh. Das Fass. Wie auch immer hier unten ist, er sammelt. Oh, nein, 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 schnell. Nein. Weg von mir! Nein, 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 nein. Was? 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 Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir nur helfen! Das war knapp. Ich will dir doch nur helfen! Komm zurück! Ja, klar. Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir nur helfen! Ich will dir nur helfen! Ich will dir nur helfen! Das war knapp. Das sieht hier nicht so aus, als würde er wirklich uns helfen wollen. Oh je. Sehr gut. Okay. Willenskraft finden Sie einen Weg hinaus. Ah. Moment, hier. Okay, wir haben, wir müssen anscheinend da rüber. Und wir brauchen irgendwo her. Wir brauchen irgendwo her Feuer wieder. Komm er da hoch? Nee. Da vorne. So. Da schwimmen die Sachen irgendwie. Okay. Ähm. Was ist, wenn ich das hier anzünde? Ah. Jetzt sammeln sich hier die Sachen. Könnte ich die auch irgendwie anzünden? Ich muss ja irgendwie Feuer dahin bringen. Was war das? Ähm. Y. Wenn ich das anschiebe, das heißt, das können wir irgendwie füllen. Überlebensinstinkt. Hm. Ah. Okay, jetzt haben wir einige Dinge nach da oben gebracht. So. Und einmal anschließen. Und einmal anschubsen. Und einmal anschubsen. Yay. In Hauptmenü Extras habe ich ein anderes Modell. Okay. Also wir können jetzt andere Outfits wählen. Nein. Verdammt. Oh Gott. Lau. Boah. Oh oh. Nein. Schon wieder er? Nein. Y. Ich habe eine Taste gedrückt, aber ich wusste nicht, dass es Y ist. Ich habe eine Taste gedrückt, aber ich habe eine Taste gedrückt, aber ich habe eine Taste gedrückt. Und ich mache mir戴. Womit ich nicht. Oder ich habe eine Taste gedrückt, ich habe eine Taste gedrückt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Man sagt jetzt zurück zum Hauptmenü. Ich hoffe, dass ich jetzt da gespeichert habe. Ich würde doch ganz gerne mal die Outfits sehen. Was stand da? In Extras. Bin jetzt mal gespannt, was wir da haben. Wenn wir jetzt nämlich hier was wählen können. Ist es hier drin? Ähm, was? Ah, okay. Also wir haben jetzt quasi hier Outfits, die wir wählen können. Okay, aber nur das Charaktermodell anscheinend. Okay. Gut, dann mache ich hier aber auch jetzt erst mal eine Pause. Und dann sehen wir uns morgen mit einer neuen Folge Tomb Raider wieder. Also dann, ciao, ciao. Out. Untertitelung des ZDF, 2020